Tja, Treffer für Turbine Botsan, 0 zu 16 der neue Spielstart. Dann tut die Torschütze mit der Rücken Nummer 4, Johanna Dacke. Dann tut die Torschütze mit der Rücken Nummer 4, Johanna Dacke. Dann tut die Torschütze mit der Rücken Nummer 4, Johanna Dacke. Dann tut die Torschütze mit der Rücken Nummer 4, Johanna Dacke.